Liebe Community, wir sind hier heute an einem ganz besonderen Ort und zwar befinden wir uns hier in der russischen Botschaft in Berlin. Ich habe hier heute ein Interview bekommen mit dem russischen Botschafter Sergej Nechayev, auf das ich euch gleich mit hinüber begleite. Ein paar Sätze zur Botschaft. Sie wurde im Jahr 1837 von Zar Nikolaus I. erworben, dann allerdings im Zweiten Weltkrieg quasi komplett zerstört und dann im Jahre 1952, genau zu sein am 7. November 1952, feierlich eingeweiht und eröffnet. Hier finden in diesem Saal feierliche Reden statt. In diesen Räumlichkeiten haben schon zahlreiche Präsidenten, wie zum Beispiel Wladimir Putin oder auch Gerhard Schröder, Angela Merkel, waren hier schon vor Ort und haben diplomatische Gespräche geführt. Ein solches Gespräch werde auch ich jetzt gleich führen und zwar mit dem russischen Botschafter, bei dem wir über die deutsch-russischen Beziehungen, den Krieg in der Ukraine und über den Zustand der Diplomatie in Deutschland sprechen wollen. Viel Spaß! Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Ja, heute bin ich an einem ganz besonderen Ort gelandet und zwar der russischen Botschaft in Berlin. Hier werde ich heute ein Gespräch führen zu den deutsch-russischen Beziehungen und dafür freue ich mich, euch einen wirklich ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen und zwar den russischen Botschafter von Deutschland, Sergej Nechayev. Schönen guten Tag, Herr Nechayev und vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, herzlich willkommen in unserem Hause. Ja, Dobrydjen, wie man auf Russisch sagt und vielen Dank, dass wir hier heute bei Ihnen sein dürfen in Ihrer prächtigen Botschaft hier im politischen Epizentrum von Berlin. Das Brandenburger Tor ist nur wenige hundert Meter entfernt und ja, wir möchten uns, Herr Botschafter, heute über den Zustand der deutsch-russischen Beziehungen unterhalten, aber auch zunächst mal über die Arbeit eines russischen Diplomaten hier in Deutschland in Zeiten des Krieges und der Aufrüstung zu sprechen kommen. Aber selbstverständlich möchten wir auch einen Blick werfen auf die politischen Entwicklungen hier in Deutschland. Zelensky war hier vergangene Woche zu Besuch in Berlin und für diese Woche hat sich jetzt auch der US-Präsident Joe Biden für einen Arbeitsbesuch angekündigt. Aber zunächst, Herr Botschafter, ein paar Sätze zu Ihnen. Sie haben einen wirklich sehr beeindruckenden Lebenslauf. Sie haben Ihre diplomatische Karriere damals Mitte der 70er Jahre in der DDR begonnen. Sie waren damals Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in Berlin. Zuvor hatten Sie in Moskau Germanistik studiert und Sie waren dann für einige Jahre in der Mongolei zum diplomatischen Dienst und sind dann Anfang der 90er Jahre als Berater der russischen Botschaft in Berlin zurück nach Deutschland gekommen, ins wiedervereinigte Deutschland dann und Anfang der 2000er Jahre waren Sie für einige Jahre Generalkonsul in Bonn und seit Anfang 2018, also seit mittlerweile über sechs Jahren, sind Sie per Erlass des russischen Präsidenten zum außerordentlichen und bevollmächtigen Botschafter der russischen Föderation in Deutschland ernannt worden. Und ja, bevor wir uns jetzt mit der politischen Gemengelage und dem Krieg in der Ukraine beschäftigen, zunächst mal, Sie haben schon immer eine besondere Beziehung zu Deutschland gepflegt. Sie haben Germanistik studiert. Sie sind schon als junger Diplomat mit Mitte 20 in den 70er Jahren hier nach Deutschland gekommen. Also zunächst mal, woher kommt denn Ihre Faszination für Deutschland? Sie sind so gut informiert. Ich habe eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich habe eine Schule in Moskau absolviert mit einem erweiterten Deutschunterricht. Haben wir neben der deutschen Sprache deutsche Literatur, deutsche Geschichte gelernt. Das war interessant, natürlich. Ja, und dann ging es richtig los Richtung Germanistik, Moskau-Holomonosu-Universität. Und dann, unsere Wege sind, bringen mich eigentlich nach Berlin. Und das in die Diplomatie. Aber ich glaube, das ist nicht besonders interessant für Ihre Zuschauer und Zuhörer. Sie waren ja schon zu Zeiten der DDR vor über 50 Jahren hier in Deutschland. Das war zur Zeit des Kalten Krieges. Das war zur Zeit der Aufrüstung. Zur Zeit, damals hatte man auch schon von einem möglichen Atomkrieg gesprochen. Und jetzt, mittlerweile, rund 50 Jahre später, stehen wir an einem ähnlichen Punkt. Wie würden, was würden Sie denn sagen, war es damals gefährlicher als heute, als die Gegenwart? Nein, das würde ich nicht sagen. Damals gab es überhaupt keine Gespräche über einen eventuellen Atomkrieg, über eine Konfrontation zwischen Ost und West. Es gab eine bipolare Welt, wie bekannt. Die Regeln wurden festgesetzt und es gab keine, würde ich sagen, liebevolle gemeinsame Geschichte. Aber die waren ziemlich stabil, die Beziehungen in der Welt und ziemlich ruhig, würde ich sagen. Jetzt ist die Situation etwas anders, wo wir quasi eine Konfrontation führen. Jetzt haben wir schon genauer gesagt, dass der Westen gemeinsam gegen uns einen quasi Pro-Proxy-Krieg führt. Ja, das ist schon eine ganz andere und ganz gefährliche Situation, wo die Ukraine mit verschiedenen Waffen gesättigt wird. Jetzt ist immer wieder im Gespräch, dass das Kiewer Regime Langstreckenraketen bekommt oder eine Zustimmung aus dem Westen bekommt, unsere Gebiete zu erreichen. Und das ist schon nicht ganz ungefährlich für die Weltsicherheit, für die europäische Sicherheit, auch für die Länder, die diese Genehmigungen bzw. diese Lieferungen erteilen. Also ich würde sagen, dass die heutige Situation viel akuter ist als damals in den Zeiten des Kalten Krieges. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus da lässt. Ja, und auch hier die russische Botschaft ist auch immer wieder jetzt seit Ausbruch des Ukraine-Krieges zum Ziel von pro-ukrainischen Aktivisten geworden. Es finden hier vor ihrer Haustür sozusagen immer wieder Demonstrationen statt. Jetzt auch vor knapp anderthalb Jahren wurde hier ein zerstörter russischer Panzer vor der Botschaft aufgestellt mit dem Kanonrohr Richtung Botschaft. Die Bilder gingen damals um die Welt und auch sie wurden seit Ausbruch des Krieges immer wieder vom Auswärtigen Amt einbestellt, zuletzt nach dem Tod von Nawalny. Also wie wird mit Ihnen als Botschafter hier in Deutschland umgegangen? Werden Sie respektvoll behandelt? Und wie hat sich das auch verändert im Unterschied zu der Zeit vor dem Ukraine-Krieg? Die ganze Geschichte mit dem russischen Panzer hat einen absolut anderen, oder sagen wir einen diametralen Effekt ausgelöst. Und der Panzer wurde wirklich gebracht, aber wurde von den einfachen Berlinern mit den Blumen geschmückt. Die Leute verstehen, was da los ist. Und diese ganze Parade, die die Initiatoren erzielen wollten, das war, glaube ich, absolut diametral. Und die Leute haben die entsprechende gebührende Achtung unseren Kämpfern erwiesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Berlinerinnen und Berlinern. Das haben wir nicht initiiert. Das war sozusagen eine Initiative vom Herzen der einfachen Leute, die gekommen waren, um ihre Solidarität zu bekunden. Und das war wirklich so. Aber jetzt nochmal die Frage auch an Sie gerichtet. Wie wird denn mit Ihnen als russischer Diplomat hier umgegangen? Ich hatte es jetzt gerade schon ausgeführt. Sie wurden seit Ausbruch des Krieges mehrfach auch vom Auswärtigen Amt einbestellt. Wir haben eine diplomatische Eiszeit zwischen Russland und Deutschland. Also wie erleben Sie diese Zeit als russischer Diplomat hier in Deutschland? Wir machen unseren Job. Wir versuchen, unsere Arbeit gut zu erfüllen, unsere Aufgaben. Wenn ich brauche, irgendwelche Informationen weiterzuleiten an die entsprechenden offiziellen Stellen der Bundesrepublik, da finde ich entsprechende Kanäle. Aber wie gesagt, wir kommen durch. Ich verstehe, dass die antirussische Hysterie zu hoch ist. Das ist sehr enttäuschend. Aber wenn ich etwas brauche, dann finde ich schon die Gesprächspartner, die auf mich hören. Wenn ich jetzt noch mal kurz nachfragen darf, wie gehen denn die deutschen Diplomaten mit Ihnen seit Ausbruch des Ukraine-Krieges um? Werden Sie respektvoll behandelt, Herr Botschafter? Naja, bis jetzt gab es keine Handgemenge, Gott sei Dank. Natürlich ist das schon ein bisschen anders als früher in den besten Zeiten. Aber wie gesagt, wir funktionieren ordentlich, wir sind arbeitsfähig, wir haben viele Aufgaben. Wir haben eine große russischsprachige Community in Deutschland, wohl die größte in der Welt. Wir müssen wir auch konsularisch betreuen, angesichts der Schließung von vier russischen Generalkonsulaten in Deutschland, auf Wunsch der deutschen Seite, da müssen wir diese Leistungen irgendwie ersetzen. Das machen wir. Und dabei werden wir bleiben. Wir sind harte Burschen, wir kommen schon durch. Ja, Sie hatten mir jetzt schon gesagt, dass hier auf diesem Sofa hinter uns, hier in diesem Raum auch schon deutsche Bundeskanzler gesessen haben. War denn Herr Scholz auch hier schon mal zu geben, wenn ich fragen darf? Nein, Herr Scholz war noch nie da, aber er ist auch herzlich willkommen, falls er will. Dieses Haus, wie Sie ganz bestimmt wissen, haben wir nach dem Kriege sofort aufgebaut. Denn aber russische Botschaft unter den Linden funktioniert seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und da war eben ein sehr beachtliches Grundstück hier. Während des Krieges wurde die alte Botschaft zerstört, aber sofort nach dem Kriege wieder aufgebaut in der Redaktion oder in der Fassung, die Sie jetzt sehen können. Wir sind stolz auf unser Haus. Das Haus ist absolut offen für die wohlwollenden Besucher, sei das Kinder, Schüler oder Erwachsene, die zu uns kommen, um diese Räumlichkeiten anzuschauen. Also wir weisen niemanden aus. Wir sind gute Gastgeber, versuchen nicht besonders bescheiden zu sein, aber alle sind herzlich willkommen, wer das richtig will. Ja, jetzt hat ja die höchste Repräsentantin von Deutschland im Ausland, nämlich Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, noch nach Kriegsausbruch in der Ukraine gesagt, dass die russische Wirtschaft zerstört werden muss. Sie hat auch Russland im Europaparlament damals de facto den Krieg erklärt, wenn auch es womöglich nur ein Versprecher war. Also wie steht es denn, Herr Botschafter, um die deutsche Diplomatie jetzt zweieinhalb Jahre nach Ausbruch des Krieges? Was die russische Wirtschaft angeht, dann muss ich die Kollegen enttäuschen, dass es unserer Wirtschaft grundsätzlich gut geht. Unser Bruttoinlandprodukt steigt und in diesem Jahr erwarten wir gute Zahlen, 3,8 oder 3,9 Prozent Wachstum. Wir haben hohe Arbeitsproduktivität, wir haben eigentlich die meisten Probleme gelöst, die mit den widerrechtlichen Sanktionen gegen Russland auftauchten. Die Nischen, die von den westlichen Unternehmern befreit wurden, manchmal unter dem politischen Zwang, wurden sofort wieder mal besetzt mit den russischen Geschäftsleuten beziehungsweise mit den Unternehmen, Businessleuten aus freundlichen Ländern, sei es China, Indien oder gemeinschaftsunabhängiger Staaten. Wir sitzen nicht so einfach und wir versuchen, ja es gibt gewisse Probleme, aber die unüberwindbaren Probleme haben wir nicht. Die Wirtschaft floriert, alle sozialen Leistungen gegenüber der Bevölkerung werden erfüllt. Das Leben in Russland geht normal und ich würde sagen, die Hoffnungen, die russische Wirtschaft zu zerfetzen, ich zitiere einige Politiker im Westen, das ist das Absurdum. Deswegen, also da möchte ich sagen, wir sind natürlich enttäuscht. Und die deutschen Unternehmer fühlten sich wirklich glücklich auf dem russischen Markt. Nach der Vereinigung Deutschlands saßen bis zum Jahr 2013 6.300 deutsche Unternehmer auf dem russischen Markt. Und soviel ich weiß, da waren alle glücklich. Mehrere wollten nicht gehen, einige sind geblieben, viele sind geblieben und die schreiben weiterhin gute Zahlen. Wir weisen niemanden aus, wir haben niemanden ausgewiesen von den ausländischen Unternehmern. Wer will, der bleibt. Und da gibt es überhaupt keine Probleme. Aber die deutschen Unternehmer fühlten sich, glaube ich, besonders wohl in Russland. Mehr noch, einige haben ganz prioritäre Stellung genommen. Die Sonderinvestitionsverträge, die praktisch diese Ausländer, die ausländischen Unternehmer, den russischen Unternehmer gleich machten. Eigentlich, das war eine tolle Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft und das kann man nur bedauern, wenn durch die politischen Anstrengungen diese Unternehmer unser Land verlassen haben. Ja, und jetzt hat sich ja bekanntermaßen Deutschlands auf die Seite der Ukraine gestellt. Der ukrainische Präsident Zelensky war jetzt auch vergangene Woche am Freitag hier in Berlin, nachdem er bereits in London, Paris und Rom war. Er hat hier einmal mehr seinen Siegesplan vorgestellt. Er hat ihm weitere Unterstützung im Wert von 1,4 Milliarden Euro zugesichert. Und Zelensky hat gefordert, dass Deutschland eben seinen Siegesplan unterstützt, der vorsieht, die Ukraine weiterhin militärisch und finanziell zu unterstützen, sie in eine starke militärische Position zu bringen, Verhandlungsposition zu bringen und aus dieser starken Verhandlungsposition heraus dann Russland zu einem Frieden zu zwingen. So hat er es selber gesagt. Also zum einen, wie verfolgen Sie die Besuche vom ukrainischen Präsidenten hier in Deutschland? Er war jetzt ja schon mehrfach zu Staatsbesuch hier. Und was halten Sie von diesem Friedensplan, der vorsieht, Russland zum Frieden zu zwingen? Ich glaube, dass der Besuch des Herrn Zelensky in Berlin hat ihm wenig gebracht. Ich glaube, er wollte viel mehr. Er hegte andere Erwartungen. Die waren wohl verbunden mit den Taurus-Raketen oder mit anderen Langstrecken-Raketen. Oder mit der Genehmigung, die russischen Gebiete in die Tiefe zu schießen. Aber das hat er wohl nicht bekommen. Das erinnert mich an einen Satz aus der deutschen schöngeistigen Literatur. Der Irrende ersetzt durch Heftigkeit, was ihm an Wahrheit und an Kräften fehlt. Goethe. Das ist, glaube ich, gerade der Fall. Was die Milliardenhilfe anbetrifft, das wurde schon mal der Ukraine versprochen. Was Neues habe ich nicht gefunden, mindestens in den Zeitungsberichten. Was den sogenannten Siegesplan von Zelensky anbetrifft, so habe ich diesen Plan nicht gesehen. Wenn es um eine neue Redaktion der früheren Zelensky-Formel angeht, dann ist es natürlich absolut inakzeptabel. Und wenn man auf dieser Grundlage eine Friedensregelung erreichen will, dann ist es ein Wunschdenken. Und das werden wir nicht eingehen. Wir haben unsere Vorstellungen über eine Friedensregelung schon dargelegt. Das waren die Worte von dem Präsidenten Putin am 14. Juni dieses Jahres. Der Friedensplan haben wir vorgetragen. Und dabei bleiben wir. Jetzt hat sich ja, was den Frieden und Friedensverhandlungen angeht, einiges getan in der letzten Zeit. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt ja auch davon gesprochen, dass es eine Friedenskonferenz unter Einbezug Russlands geben soll, nachdem bei der letzten Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock in der Schweiz Russland nicht zugegen war. Das Gleiche galt damals auch für China. Er hatte jetzt auch kürzlich ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin anberaunt. Das kam aber nicht zustande, da der Kreml-Sprecher Peskov gesagt hatte in einem Statement, dass es gar keine gemeinsamen Themen für Scholz und Putin gäbe, dass die beiden sich in einer gewissen Art und Weise entfremdet haben. Also wie sehen Sie da diese Friedensbemühungen des deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz? Und wie glaubwürdig halten Sie diese Bemühungen in Anbetracht der über zweieinhalbjährigen Unterstützung der Ukraine? Versuchen wir vielleicht Ihre Frage in zwei Teilen zu dividieren. Was das Telefongespräch anbelangt, eventuelles Telefongespräch von Bundeskanzler mit dem russischen Präsidenten, Das haben wir nur in einer Zeitung gelesen, dass so etwas passieren könnte, eventuell, voraussichtlich, ohne zu präzisieren, erstmal worum es geht, wann, wo, wie und so weiter. Normalerweise werden solche Gespräche auf der höchsten Ebene über entsprechende Kanäle abgestimmt, wo in erster Linie die Substanz geprüft wird, Themen des Gesprächs, Zeit, Ort, Sprache und viele andere organisatorische und technische Details. Diese Kanäle sind der deutschen Seite, absolut sicher bin ich da, sind gut bekannt. Und normalerweise über diese Kanäle läuft die Abstimmung. Also mit allem Respekt gegenüber den deutschen Journalisten, die diese Information veröffentlicht haben, wollen wir natürlich die Organisation über diese Kanäle abstimmen. Sonst, die Substanz ist wichtig. Warum soll es gehen? Und jetzt gehe ich zum zweiten Teil der Frage, wenn es um eine Friedenskonferenz geht, dann was ist der Content? Was soll zugrunde liegen für diese Friedenskonferenz? Es gibt viel Lärm, es gibt viele Zumutungen, Spekulationen. Und ich wiederhole, wenn es wieder mal um die Folge von Bürgenstock geht, dann ist es für uns absolut inakzeptabel, denn die Zelensky-Formel, diese, glaube ich, zehn Punkte, das ist ein Ultimatum, das ist keine Friedensvorlage und das werden wir nicht akzeptieren. Jetzt hat ja der russische Präsident Wladimir Putin schon mehrfach die Hand ausgestreckt und gesagt, wir sind zu Friedensverhandlungen bereit. Ich erinnere mich da auch an das Interview, was er mit dem US-Journalisten Taka Carlson geführt hatte, wo er das öffentlich auch nochmal vor allem im Millionenpublikum ausgeführt hat, dass er zu Friedensverhandlungen jederzeit bereit ist. Und man hat so ein wenig den Eindruck, dass allen voran Deutschland und der Westen kein Interesse an diesen Friedensverhandlungen mit Russland hat. Warum wurden diese Angebote des russischen Präsidenten denn hier in Deutschland nie ernsthaft diskutiert, Herr Botschafter? Ja, das ist eine gute Frage, aber wohl nicht an mich. Denn ich kann nur bestätigen, dass Präsident Putin offen ist für den Dialog, für die Gespräche. Er spricht, wie Sie ganz bestimmt wissen und verfolgen im Fernsehen, mit vielen politischen Persönlichkeiten der Welt. Und sei es mit den Kollegen in Asien oder in Afrika, in Lateinamerika, da sind wir absolut offen. Ja, Frage ist, falls ein Gespräch bzw. ein Telefongespräch gewünscht wird, dann muss man das alles richtig abstimmen. Das ist eine normale Situation, das passiert jedem also ab und zu. Aber da muss man richtig abgestimmt werden, worum es geht. Was, ein Gespräch soll zustande kommen, nicht nur um die Öffentlichkeit sagen, wir haben gesprochen. Es geht um Content, um die Substanz. Was soll besprochen werden? Und das ist wohl das Wichtigste. Und diese Sachen bespricht man, wie gesagt, über die entsprechenden Gesprächskanäle. Kanäle, die existieren, die werden nicht abgerissen. Aber wir sind, wie gesagt, wir sind offen für den Dialog. Jetzt sagen Sie, es geht um die Substanz. Sie sind offen für den Dialog. Aber gleichzeitig sprechen Sie auch davon, dass Sie den ukrainischen Präsidenten, wenn ich das richtig verstehe, Selenskyj, gar nicht mehr als den legitimen Präsidenten der Ukraine anerkennen. Da er ja bekanntermaßen die Präsidentschaftswahlen, die in diesem Jahr im Mai hätten stattfinden sollen, ausgesetzt haben. Also wenn Sie den ukrainischen Präsidenten gar nicht anerkennen, mit wem wollen Sie denn dann überhaupt über Frieden verhandeln? Dann müssen wir erst mal in die ukrainische Verfassung schauen. Wer soll die hohe Gewalt in der Situation vertreten, wo die Vollmachten des Präsidenten, wenn ich mich nicht irre, am 25. oder 20. Mai schon nicht mehr gültig sind. Und über die Verlängerung dieser Vollmachten habe ich noch nicht gehört und so etwas gibt es nicht in der Verfassung. Aber ich bin sicher, außerdem hat Herr Selenskyj per Erlass den entsprechenden Stellen der Ukraine verboten, mit uns Verhandlungen zu führen. Es gab einen entsprechenden Erlass, da muss man erst mal diesen Erlass aufheben. Und wer auf der ukrainischen Seite diese Vollmachten bekommt, mit Russland bzw. mit der internationalen Gemeinschaft Gespräche zu führen, die legitim sein müssen, das gehört wohl, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist schon die Verantwortung der Ukraine. Sehen Sie denn Deutschland noch als einen diplomatischen Partner auf Augenhöhe, mit dem man über diese essentiellen, substanziellen Fragen verhandeln kann? Denn wie ich jetzt gerade schon ausgeführt hatte, hat ja Peskov gesagt, es gibt gar keine gemeinsame Ebene mehr, auf der man mit Deutschland kommunizieren kann. Und jetzt hat ja bekanntermaßen Olaf Scholz aber betont, dass er sich in gewisser Hinsicht hier als Friedenskanzler womöglich noch in die Geschichtsbücher eingehen will. Also sehen Sie Deutschland und die deutsche Diplomatie überhaupt noch als einen glaubwürdigen Partner auf Augenhöhe? Wir haben mit deutschen Kollegen viel angefangen, auch im Zuge der Friedensregelung in der Ukraine. Wir haben 2015 damals im Zuge eines sogenannten Normandie-Formats entsprechende Abkommen mit Deutschland, Frankreich und der Ukraine unterzeichnet. Diese Minsker Vereinbarungen wurden später per Resolution des Sicherheitsrates zu einem völkerrechtlichen Papier geworden, abgesegnet. Und das heißt, da muss man alles erfüllen, was drin steht. Dann gab es acht Jahre lang entsprechende Verhandlungen unter Beteiligung der Deutschen, der französischen Unterhändler, aber kein Ergebnis. Die Ukrainer wollten das nicht erfüllen. Später haben wir erfahren, dass auch die westlichen Kosponsoren andere Ziele hatten. Das hat uns wirklich sehr enttäuscht. Aber bis jetzt sehen wir keine entsprechenden, würde ich sagen, Anstrengungen und keine entsprechenden Angebote seitens der deutschen Kollegen, die auf die Richtung Frieden in der Ukraine eine akzeptable Regelung anbelangt. Außerdem müssen wir leider feststellen, dass Deutschland sehr viel Waffen liefert in die Ukraine, einschließlich letale Waffen. Und dann frage ich mich, wie ist es vereinbar mit den Friedensverhandlungen, mit der Suche nach einem Friedensplan. Denn die deutschen letalen Waffen in Russland, wie sie ganz bestimmt verstehen, das erweckt entsprechende historische Reminiscenzen, historische Parallelen. Und das ist für unser Volk sehr sensibel. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Gebiet Kursk, wo die ukrainischen Terroristen, diese Invasion gegen die zivile Bevölkerung, und wenn wir dort deutsche Panzer mit den schwarzen Kreuzen sehen, da können sie sich vorstellen, was die Leute, was die Menschen in Russland denken. Das ist nicht einfach, das alles, was wir in dem letzten Krieg, wissen Sie, wir haben mit 27 Millionen Menschen diesen Krieg, diesen Sieg über den Narzissmus bezahlt. Und dann haben wir natürlich einen Prozess der historischen Aussöhnung gegeben. Das war ein und für sich nicht selbstverständlich. Aber doch haben wir das gemacht. Und jetzt sehen wir die deutschen Panzer in Russland. Und das macht natürlich uns Sorgen. Und das ist sehr schmerzhaft, wissen Sie. Aber das ist die heutige Realität. Und was auch sehr vielen Menschen, vor allen Dingen auch hier in Deutschland, Sorgen macht, ist ja der deutsche Wirtschaftsstandort, der immer stärker leidet. Wir befinden uns hier in Deutschland jetzt schon seit mehreren Quartalen in der Rezession. Und wir hatten über die Nord Stream Pipeline einen gewissen Alleinstellungsmerkmal, eine Gasversorgung aus Russland, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten zum wirtschaftlichen Hegemon in Europa gemacht hat, zur Wirtschaftsmacht Nummer eins in Europa. Diesen Alleinstellungsmerkmal haben sie spätestens mit dem Anschlag auf Nord Stream am 26. September vor knapp zwei Jahren jetzt aufgegeben. Es wurde ja auch immer wieder von russischen Politikern und ich meine auch von Putin betont, dass man den einen Strang, der nicht beschädigt worden ist, der nicht gesprengt worden ist, wieder instand setzen könnte. Und er hatte auch betont, dass er weiterhin Interesse hat an einer wirtschaftlichen Kooperation mit Deutschland. Nun ist es aber klar, das hat vor allen Dingen auch die deutsche Außenministerin immer wieder klargemacht und die Grüne Partei, dass man die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland kappen möchte aufgrund des sogenannten brutalen Angriffskrieges in der Ukraine. Jetzt gibt es ja auch Investigationen, Recherchen des US-Journalisten Seymour Hersh, der zu dem Ergebnis kam, dass hinter diesem Anschlag womöglich ein Staat steckt, nämlich die USA in Zusammenarbeit mit Norwegen. Also wie sehen Sie da zum einen die Rolle der USA rund um diesen Anschlag auf Nord Stream? Und was sagen Sie dazu, dass die deutsche Außenministerin die wirtschaftlichen Beziehungen in den letzten zweieinhalb Jahren mit Russland quasi auf Null gesetzt hat? Ja, was Nord Stream an betrifft und die Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland, oder sagen wir zwischen der noch Sowjetunion und Deutschland, dann betrifft im Energiebereich, das ist eine absolut einzigartige Geschichte. Und wir liefern seit mehr als 50 Jahren gewissenhaft und ordentlich Energieträger nach Deutschland, in guten Mengen, ohne Probleme, zum guten Preis. Das war eine absolute Win-Win-Situation. Und Sie haben absolut recht, dank diesen Lieferungen war eine Erfolgsgeschichte der deutschen Wirtschaft. Es gab kein Kopfzerbrechen, wo die Energie kommt. Langfristige Verträge für mehrere Jahre, zum Beispiel also die Nord Stream 1, 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das war schon beachtlich, das waren 35 bis 40 Prozent der Bedürfnisse Deutschlands. Mit dem Nord Stream 2 kam es noch, sollte es noch, weitere 55 Milliarden Kubikmeter kommen. Das bedeutete, Deutschland verwandelte sich in einen europäischen Energiehub, ohne Probleme für die eigene Wirtschaft, für die eigene Bevölkerung. Und überhaupt alles, wie wir sagen, alle in der Schokolade, wie die Russen sagen. Plötzlich kommt dieser Terroranschlag. Das ist ein Terroranschlag, das hat, glaube ich, auch der Bundeskanzler akzeptiert. Er hat von den rechtspflegenden Organen gefordert, die Täter zu ermitteln und vor Gericht zu bringen. Aber wir haben bis jetzt überhaupt keine Informationen bekommen, wie diese Ermittlung läuft. Alle diese Geschichten über die privaten Divers, die irgendetwas gesprengt haben, das ist wirklich nicht glaubwürdig. Wir brauchen eine ehrliche Ermittlung. Wenn es auf der nationalen Ebene nicht geht, dann sind wir bereit, eine internationale, unabhängige Ermittlung mit unserer Beteiligung einzuleiten, unter der Ägide oder der Schirmherrschaft des Weltsicherheitsrates. Bitte, aber das alles bleibt nur ein Wunsch von uns. Aber das ist ein sehr, wissen Sie, das ist ein sehr ernsthafter Präzedenzfall. Wenn das alles straflos bleibt, dann ist es ein Terroranschlag gegen eine kritische Energieinfrastruktur Europas. Da wurde ein riesiger Schaden zugefügt, nicht nur Deutschland, nicht nur Russland, sondern in der europäischen Wirtschaft auch. Und da müssen wir die Wahrheit wissen. Was die Energielieferungen von uns aus anbetrifft, so haben wir das nie gestoppt. Sie haben absolut recht, der Präsident hat sofort sich bereit erklärt, den vierten Strang zu nutzen, um die Lieferungen wieder aufzunehmen. Im Nord Stream 2 war alles fertig, sogar technisches Gas war drin. Und da brauchte man nur ein Ja auf der politischen Ebene. Aber dieses Wort kam nicht, leider. Jetzt ermittelt ja der Generalbundesanwalt in Karlsruhe nicht gegen die USA oder gegen Norwegen, was jetzt den Ermittlungen von Seymour Hersh oder seiner Recherche entsprochen hätte, sondern ermittelt gegen Ukrainer, gegen ein ukrainisches Team von Tauchern, die wohl hinter dieser Sprengung stecken sollen. Ich frage Sie jetzt mal ganz direkt, was glauben Sie denn, steckt tatsächlich die Ukraine hinter dieser Sprengung oder glauben Sie da eher den Recherchen von Seymour Hersh, dass die USA dahinter stecken? Ach wo, ach wo, ach wo. Da müssen wir einander fragen, quid pro protest? Wem nutzt das? Wer profitiert sich von der Vernichtung der langjährigen russisch-deutschen Beziehungen im Bereich der Energiewirtschaft? Wem nutzt das? Wer liefert jetzt LPG nach Deutschland zu dreifach hohen Preisen? Wem geht es, wie gesagt, wer profitiert davon von dieser, würde ich sagen, Einstellung der wunderbaren, würde ich sagen, hocheffizienten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern? Wobei Europa sollte sich zu einem steigenden und wirklich neuen Kompetenz- und Konkurrenzzentrum werden. Durch diese Beziehungen war das absolut möglich und wir standen schon an der Schwelle. Mehr noch, am 7. Februar 2022, wenn ich mich nicht irre, während des Besuchs des Bundeskanzlers in den Vereinigten Staaten, hat Präsident Biden öffentlich gesagt, dass er die Nord Stream 2 nicht zulässt, falls ihm unser Benehmen nicht gefällt. Das alles Übrige überlasse ich der Öffentlichkeit. Die Überlegungen von dem amerikanischen Journalisten Hearst sind, würde ich sagen, glaubwürdig. Der Chef des russischen Aufklärungsdienstes hat vor kurzem gesagt, dass hinter diesem Terroranschlag die angelsächsischen Kräfte stehen. Da habe ich keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Herr Botschafter, dann kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs, so langsam noch auf die innerdeutschen Debatten und Entwicklungen hier zu sprechen. Denn wenige hundert Meter von hier entfernt, an der Siegessäule, fand am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, eine Friedensdemonstration statt, auf der unter anderem Sarah Wagenknecht auch eine Rede gehalten hat. Herr Stegner von der SPD, Peter Gauweiler von der CSU hat eine Friedensrede gehalten. Es waren über 40.000 Menschen zugegen. Und generell lässt sich ja beobachten, dass die beiden Parteien, die sich hier am offensivsten für Friedensverhandlungen mit Russland einsetzen, nämlich zum einen die neu gegründete Partei von Sarah Wagenknecht, das BSW, und zum anderen die AfD mittlerweile auf Bundesebene auf weit über 20 Prozent der Stimmen kommen. Auch jetzt bei den Landtagswahlen war die AfD zum Teil die stärkste Partei. Auch Sarah Wagenknecht hat sich auch daraufhin stark gemacht, dass man auch jetzt auf Landesebene über die Friedensverhandlungen mit Russland sprechen müsste und sich auch über die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen hier in Deutschland ausgesprochen werden müsste. Also wie beobachten Sie diese innerdeutschen Entwicklungen? Glauben Sie womöglich, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland an einem Frieden mit Russland interessiert ist? Oder sehen Sie das anders, wie das ja auch viele westliche deutsche Politiker immer sagen, dass dies nicht der Fall ist? Wie ist das Ihre Einschätzung? Normalerweise möchte ich nicht die innenpolitischen Sachen kommentieren, aus verständlichen Gründen. Aber der Wunsch nach der Wiederherstellung der guten Zusammenarbeit mit Russland, naja, das beobachten wir in Deutschland regelmäßig. Und das, wissen Sie, wir haben keine Probleme mit dem deutschen Volk. Und wir haben so eine langjährige, 100 Jahre lange Zusammenarbeit mit Deutschen. Es gab natürlich schwierige Seiten, aber grundsätzlich waren wir erfolgreich in den friedlichen Zeiten, in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und die Menschen in Deutschland sehen das und sie erinnern sich an die guten Zeiten. Vielleicht ist das auch ein Bewegungsgrund für die Worte Richtung Normalisierung der Beziehungen mit Russland. Eigentlich haben wir kein einziges Format mit Deutschland, was Dialog anbetrifft oder Wirtschaft anbetrifft, haben wir aus eigener Initiative kein Abkommen gestrichen. Die Beziehungen in verschiedenen Bereichen waren absolut unik, einmalig. Und ich würde sagen, dass kein einziges westlicher Staat so viele Vorteile bekommen hat durch die Annäherung mit Russland. In allen Bereichen, nicht nur Energie, nicht nur Gas. Ich nenne nur alleine 400 Partnerschaften, was Schulen, Hochschulen und Universitäten anbetrifft. Es ist eine gewaltige Zahl. Unike und einmalige Formate des Dialogs zwischen den zivilen Gesellschaften. Petersburger Dialog zum Beispiel, das war auch sehr effizient und vorteilhaft. Das haben wir nicht ruiniert. Das wurde auf Wunsch der deutschen Seite auf Eis gelegt. Das kann man nur bedauern. Auf alle Fälle, die Nachkriegsgeschichte unserer Beziehungen war ziemlich erfolgreich. Die deutsche Vereinigung 1990 kam nicht zuletzt zustande durch die Unterstützung der Sowjetunion. Denn sie wissen, dass einige deutsche Verbündeten waren strikt dagegen. Niemand wollte ein vereinigtes Deutschland als ein Konkurrent in Europa sehen. Wir waren dafür. Wir hatten dem deutschen Vertrauen gezeigt. Vielleicht waren wir ein bisschen naiv, wenn wir sagten, also haben wir nicht festgezurrt, dass die NATO-Osterweiterung erfolgt. Und die Tinte war noch frisch, war noch nicht trocken, als die Osterweiterung der NATO kam. Mit der entsprechenden militärisch-technischen Infrastruktur. Und das war für uns schon nicht ganz ungefährlich. Jetzt würde ja, wenn hier ein Herrn Scholz sitzen würde oder eine Frau Baerbock an meiner Stelle, dann würde sie sagen, ja, auch wir in Deutschland waren an guten Beziehungen zu Russland interessiert. Aber dann haben sie den Tschetschenien-Krieg geführt. Sie haben damals 2008 Krieg gegen Georgien geführt. Sie haben 2014 die Krim annektiert. Und 2022 haben sie die Ukraine überfallen. Und deswegen sind sie schuld daran, dass wir keine guten Beziehungen mehr miteinander pflegen können. Herr Botschafter, wie sehen Sie das denn? Waren es tatsächlich Ihre militärischen Ansprüche, die dazu geführt haben, dass die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland und dem Westen, muss man ja auch allgemein sagen, sich derartig verschlechtert haben? Na, schauen Sie mal. Zu jedem Punkt kann ich entsprechende Kommentare geben. Was Tschetschenien betrifft, das war unser Kampf gegen den Terrorismus, gegen den internationalen Terrorismus, was heute schon bestätigt wird von allen Politikern, auch in Tschetschenien selbst. Und das stand auf dem Spiel, die territoriale Integrität unseres Landes. Das haben wir gemeistert. Und alle sind in Russland geblieben. Die Tschetschenische Republik floriert. Und das ist eine der gedeihendsten Regionen unseres Landes. Was Georgien 2008 dann betrifft, so wissen Sie, wer diesen Krieg angefangen hat. Das haben sogar die internationalen Beobachter und internationale Vermittler offiziell bestätigt. Das war das Regime von Saakashvili, der diese Offensive gegen Ossetien begonnen hat. Da gibt es überhaupt keine Zweifel mehr. 2014, wir standen nicht an der Wiege des verfassungswidrigen Staatsstreichs in der Ukraine. Wo das passierte, obwohl zwischen Janukowitsch und der Opposition eine entsprechende Vereinbarung unter der Vermittlung der westlichen Außenminister, die dabei waren, und diese Vereinbarung damals mit signiert haben. Aber am nächsten Tag gab es einen Staatsstreich in der Ukraine, wo später gab es Aufrufe, in die Krim zu fahren und mit Russen Schluss zu machen. Dann hat die Bevölkerung der Krim praktisch einstimmig mit 85 oder 86 Prozent für den Beitritt zu Russland ausgesprochen. Absolut legitim. Das war ein Referendum, wo die Leute frei ihre Meinung gesprochen haben. So etwas gab es nicht im Fall Kosovo, wie Sie ganz bestimmt wissen. Es gab kein Referendum, es gab keine Volksaussprache. Da wurde das Land von der NATO bombardiert und dann Kosovo wurde akzeptiert als ein unabhängiger Staat. Das sind die Parallelen der heutigen Zeit. Das heißt, Sie sehen da nicht die Schuld bei Russland, sondern primär auch, wie Sie jetzt vorhin schon ausgeführt haben, an der NATO-Osterweiterung, die ja aus Ihrer Sicht einen Wortbruch darstellt. Wir erinnern uns an die Aussage von James Baker, der meinte, die NATO wird sich kein Inch, kein Zentimeter Richtung Russland ausweiten. Also würden Sie sagen, die NATO-Osterweiterung war primär dafür verantwortlich, dass wir uns jetzt in dieser Eiszeit, in dieser diplomatischen Eiszeit wieder befinden? Wir waren immer dafür, dass die europäische Sicherheitsarchitektur, wie es in vielen Papieren auf der höchsten Ebene, ich meine die OSZE-Papiere, von allen führenden Persönlichkeiten, Staats- und Regierungschef mehrmals unterzeichnet wurde, dass die europäische Sicherheit nicht muss gleich sein, nicht auf Kosten der Sicherheit eines dritten Staates aufgebaut werden. Also, und das ist alles leider vergessen. Ja, und die Osterweiterung der NATO ist nicht die Erweiterung ein und für sich, sondern das ist verbunden, eng verbunden mit der Stationierung der militärisch-technischen Infrastruktur. Und das ist für uns schon ganz gefährlich. Wir haben in unserer Geschichte viel, viel erlebt. Und wenn man schon die Informationen kommen, dass in der Ukraine entsprechende Munition, beziehungsweise entsprechende Stationierung schon vorbereitet wird, wo die, also Flug einer Rakete 10, 15 Minuten nach Moskau oder nach Petersburg, dann ist es für uns eine große Herausforderung und damit können wir uns nicht abfinden. Herr Botschafter, eine abschließende Frage hätte ich noch an Sie. Glauben Sie denn, dass Deutschland und Russland jemals wieder in Freundschaft und in guten diplomatischen Beziehungen zueinander finden könnten? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Wir, also weder Russland noch Deutschland, verschwinden aus Europa. Wir bleiben Nachbarn. Wir bleiben, und ich hoffe, wir bleiben gute Nachbarn. Ob das in Bälde passiert, das ist natürlich fraglich. Aber mit der Zeit hoffe ich, dass wir unsere Beziehungen normalisieren. Jetzt ist viel Porzellan gebrochen. Aber wir waren nicht diejenigen, die das wollten. Naja, mal leben, mal hoffen, mal sehen. Mal sehen. Herr Botschafter, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, dass wir hier heute sein durften für die nette Einladung. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Immer herzlich willkommen. Also alle lieben Grüße an Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und viel Glück auch für Ihr schönes Team. Ja, und auch vielen Dank an Euch, liebe Zuschauer, liebe Community, dass Sie hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, Euch hat das Gespräch hier mit dem russischen Botschafter gefallen. Ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Und jetzt wünsche auch ich Euch alles Gute. Bleibt wohl auf und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.